Hallo zusammen, heute möchte ich euch Jim Müller und Andi Schnitzer der Band Kiss in Dynamite etwas persönlicher vorstellen. Jim, lass uns direkt mit dir anfangen. Im Sommer bist du ja an der Pop-Akademie in Mannheim fertig. Wie würdest du deine Zeit dort beschreiben? Also es war auf jeden Fall die beste Zeit meines Lebens. Studieren kann ich nur empfehlen, tipptopp. Nee, also richtig toll, tolle Künstler kennengelernt, musikalisch sehr weitergekommen. Ich hatte viel Zeit, mich mit mir selber zu beschäftigen, wie es immer so schön heißt. Ich habe echt ordentlich dazugelernt. Gitarre spielen macht mir noch mehr Spaß wie davor. Ich habe es nicht glauben können, aber es geht tatsächlich noch mehr. Und nee, also tipptopp Mannheim, auch mega geile Stadt. Dachte ich am Anfang auch nicht so ein bisschen kritisch gewesen, aber nee, also mega. Aber wie alles Schöne hat auch das mal ein Ende. Und ich ziehe tatsächlich zu Hannes nach Flensburg. Das war schon mal die nächste Frage gewesen. Was geht da oben in Flensburg? Genau, also liegt ja nahe, wenn unser Sänger und Songwriter da oben ist, auch dorthin zu gehen, um bei den klasse Typen von Elephant Music, bei denen wir seit 2007, also von Anfang an zusammenarbeiten, dort auch dann als Gitarrist, Songwriter, vielleicht mal Producer, wenn ich genug Skills habe, toll auch weiterzuarbeiten. Da freue ich mich natürlich tierisch drauf und natürlich einfach auch, dass Hannes nicht ganz so alleine ist da oben. Mit ihm auf seinem geilen Boot zu chillen. Ja, das stimmt. Da wird man neidisch, wenn man die Bilder sieht. Viele Gitarristen gelten ja so ein bisschen als Gitarren-Horder. Gehörst du auch dazu? Absolut. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Gitarren in meinem Leben verkauft und ich bereue es, weil es ist einfach dumm, weil du verkaufst die, weil meistens braucht man ja eine neue und dann kostet das auch wieder Geld. Und so im Nachhinein denke ich mir immer, scheiße, dass die nur nicht verkauft. Aber ja, im Moment zähle ich, glaube ich, 25 Stück. 25? Wo kriegst du die alle unter? Gute Frage. Das ist ja das Schöne. Ich habe überall so meine Kämmerchen, wo ich die untergebracht habe, aber frage mich jetzt nicht, wo welche ist. Keine Ahnung. Hast du irgendwie eine liebste Gitarre unter Ihnen? Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall die Each in 18, diese Lillane, die ich live spiele. Einfach super leicht, super geil zu bespielen und ja, also wieso muss man sich das Leben schwer machen, wenn es auch einfach geht? Und ja, das ist so die To-Go-Klampfe. Wer ist für dich der ultimative Gitarren-Gott? Boah, das ist ganz schwer, weil alle haben so was Geiles an sich. Im Moment bin ich großer Fan von Doug Aldrich, weil ich auf seine Tastiness stehe. Er spielt so tasty, so oldschool. Der hat es halt gelernt aus den Fingern. Ich glaube, dem kann es auch echt diesen Tisch geben und Seiten drauf spannen. Das würde bei ihm geil klingen. Vermutlich, ja. Beende diesen Satz. Groupies sind? Wichtig. Und wenn du einen Tag eine andere Person sein könntest, also das komplette Leben tauschen, wer wäre es? Also ich würde auf jeden Fall mit einer Frau tauschen. Ich glaube, das würde jedermann sagen. Wahrscheinlich. Yay, ich habe eine Vagina. Und dann, naja, wenn ich jetzt mit Megan Fox tauschen würde, dann hätte ich ja nichts davon, Megan Fox zu sein, weil... Stimmt. Ich nehme trotzdem Megan Fox. Welcher Satz würde ein Gitarristen nie sagen? Oh, ich muss meine Gitarre stimmen. Das wäre so ein Satz. Das ist echt eine Gitarristen-Krankheit. Ja, deswegen haben die auch alle Tags, weil die einfach die Gitarre nicht stimmen können. Das ist so. True Story. Andi, lass uns mal ein bisschen zurückgehen. Wann hast du das Schlagzeugspielen angefangen und wieso? Ich war elf Jahre alt. Das war vor 16 Jahren. Und wieso, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber es war so ein ganz natürliches Feeling, ich muss Schlagzeug spielen. Ich war mit meinen Eltern bei ACDC auf dem Stiff-Upper-Lib-Life in Hockenheim. Und da hat es mir so alles rausgeblasen oben. Danach war klar, das muss ich auch machen. Und es war gar keine Frage, ob ich jetzt Gitarrist oder Sänger oder... Es war klar, ich muss Schlagzeug spielen. Warum, weiß ich nicht. Du übst ja fast täglich. Wie kann man sich das vorstellen? Ich gehe da rein und dann gehe ich da rein und dann bin ich erst mal am Pad tatsächlich. Gummipad. Also das ist leise, vor dem Spiegel. Da kann man seine Haltung noch kontrollieren. Das ist wichtig. Und das ist dann praktisch so das Fine-Tuning. Und danach kann man ans Set gehen und verschiedene Jazz-Geschichten für die Unabhängigkeit, Double-Bass-Geschichten für die Füße. Und am Ende meistens noch unsere Songs einmal durchprügeln. Cool. Und für den ultimativen Spaß. Und du bist ja auch bei Drummer's Focus in München. Warum hast du dich dazu entschieden und warum auch für diesen Standort? Weil die sind ja glaube ich auch in Stuttgart? Ja, Drummer's Focus ist in Stuttgart, München, Bodensee, Köln und so weiter. Aber nur in München kann man die Lehrerausbildung bei Cloy Peterson machen. Und die wollte ich eben machen, weil die wurde mir mehrfach empfohlen von anderen Drummer's Focus Drummers. Und ich kann nur sagen, das hat sich dermaßen gelohnt. Da lernt man Sachen auf eine Weise, die, ich sag's mal kurz, denke ich mal woanders, man niemals so mit diesem Approach lernen würde. Sehr schön. Und Permanent Vacation ist so ein bisschen dein Lebensmotto. Wie zeigt sich das in deinem Alltag? Also ich schlafe erst mal aus. Okay. Guter Anfang. Ganz wichtig. Bis mich die Sonne wach küsst. Dann schaue ich aufs Handy, das natürlich lautlos hatte und sehe, dass Hannes schon dreimal angerufen hat, weil ich irgendwas fertig hätte machen sollen. Den rufe ich dann um 10 Uhr frühestens an. Dann ärgert er sich, warum ich nicht seit um sieben, wie er auch, wach ist und schon fleißig bin. Dann erkläre ich ihm jedes Mal wieder, dass mein Lebensmotto Permanent Vacation ist, dass es nicht anders geht. Sollten ihm dieses Interview nochmal zeigen. Ja. Dann texte ich vielleicht kurz irgendwas, aber höchstens nur zwei Stunden, weil ich bin natürlich so effizient, dass danach schon alles steht. Und dann habe ich noch den Rest des Tages, um in die Sonne zu liegen. Klingt hervorragend. Was ist denn deine Lieblingsbeschäftigung im Turbus, Andy? Im Turbus? Zauberwürfel spielen. Ah. Ja. Rubikcube. Total 80s. Voll oldschool, aber das beruhigt mich und das macht süchtig. Ja? Ja. Hast du es schon mal geschafft? Ja, ich kann es. Cool. Du musst es mir auch beibringen. Ja, ich habe so ein System gelernt von meinem Vater, wie das geht. Und eigentlich ist es komplett leicht. Aber irgendwie, wenn man das kann. Aber ich mache es irgendwie trotzdem immer wieder. Es ist so meditativ. Ja, okay. Was ist der beste Musikfilm? Ah, wahrscheinlich. Es hilft nichts. Es ist Rockstar. Rockstar. Mit Mark Wahlberg. Ja, der ist sehr gut. Der hat uns auch geprägt. Damals. Ja. Witzig zeigen. Witzig zeigen. Ich muss mal ganz schnell pissen. Sieht ihr auch sehr ähnlich, wie ich gehört habe. Wer? Dieser Satz. Ach ja, ich bin bekannt dafür, mit Abständen die kleinste Blase zu kommen. Oder die schwächste im Kissen Dynamite. Zum Thema Lieblingsbeschäftigung im Turbus, ne? Wahrscheinlich. Welche drei Dinge nimmst du auf eine einsame Insel mit? Puh. Bestimmt ein Kasten Bier. Oder vielleicht auch ein 40-Tonner Bier. Ja. Man weiß ja nie, wann ein Schiff vorbeikommt nicht wieder. Auf jeden Fall eine Snare und Dix. Und eine dickbusige Blondine. Wunderbar. Dann wird es auf jeden Fall eine gute Zeit auf der Insel. Doch. Wirklich. Sehr ausgeglichen. Perfekt. Dann cool. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja. Danke. Vielen Dank.